Heute, was geht ab Leute, mit am Start, Chong und Tati, der Mutige, er will endlich, wir haben echt über zwei Monate jetzt darauf gewartet, hat sich nie ergeben, diesen One-Chip, ist aber eine billige Variante, probieren, kurz geht raus an Trend House, glaube ich, hieß er auf Ebay, Link ist unten in der Beschreibung, hat er uns freundlicherweise zukommen lassen und auf sein Bestseller, die Schlüsselanhänger. Was? Ja, er verkauft verschiedene Sachen, er macht so KFZ-Nummern-Schlüsselanhänger, kannst du dir selber, hat er extra noch geschickt, kurz geht raus, richtig freundlicher Kerl, und ja, heute wird es folglich, auf jeden Fall Tati, vielleicht auch mich. Ich bin jetzt gespannt, bin auch ein bisschen nervös jetzt, aber schauen wir mal. Auf einmal, die beiden unterhalten mir, sowieso, ja, gar nicht, schau, alle auf YouTube faken, es war der, oder? Das ist doch nix und so, das heißt faken, man, alles nur Fake-Tränen, das ist gar nicht scharf und so, ohne Handschuhe auch noch, ohne Handschuhe, ohne Verwaltung, das ist alles, was er hat, reicht doch. Lass mal riechen, riech mal rein. Ja, der riecht so wie der andere, glaube ich. Nein, nein, also, den, den wir schon hatten. Ich muss jetzt aufpassen, also ich darf mir auf jeden Fall nicht mehr in die Augen fassen, oder? Ja, jetzt kann er so, drei, zwei, eins. Ich höre, wie ich schwör das ab bin. Ja, das fängt erst nach so 30 Sekunden an. Viel, nix, mittel. Ich will stoppen die Zeit, oder? Wenn du anfängst, oder nix. Und, scharf? Ist schon scharf, ja. Sehr scharf, also, auf jeden Fall schärfer als der andere. Schauen wir mal. Also, Mund ist schon... On fire? Mhm, auf jeden Fall. Aber... Es geht. Schärfer als diese Nune? Die Nune? Okay, die erste... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Erster, erster Schluck auch? Ja, kommt schon. Kommt schon. Es ist schon, es ist schon... Es ist nicht nichts. Das auf keinen Fall, nein. Das auf keinen Fall. Okay. Aber... Es ist jetzt, glaube ich, nicht so... Also, vielleicht für mich, aber... Es ist jetzt echt nicht so krass, wie bei den anderen jetzt. Habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt da noch was, aber... Meine Augen tränen nicht, glaube ich. Ich habe... Im Mund ist es schon sehr scharf. Lippen sind scharf. Ein Brachen. Bauer kommt noch den zweiten rein. Da wäre ich lieber noch so ein. Da ist noch so ein Erdnuss-Flip oben drauf. Komm, ultimativer Test. Tut mir mal die Augen reibend. Ja, genau. Also, ich esse es noch mal in so ein Stellung. Also, für Leute, die nicht scharf essen, ist es schon... Tannen hoch sein. Also, für Leute, die nicht scharf essen, ist es schon... Also, es ist schon scharf. Man merkt, die Schärfe ist schon im Mund. Man muss hier halt auch ein bisschen... Man muss da locker bleiben und so, das passt schon. Mach ein bisschen Show, weißt du, so scharf. Aber ich überlege halt, ob ich jemals... Jetzt mal bei meiner Frau... Meine Frau kocht gerne scharf und isst auch gerne scharf. Ob ich jemals so was scharf, als ich mal gegessen habe. Aber eigentlich nicht, nein. Also, das ist das Schärfste, was du jemals gegessen hast? Ich persönlich schon, ja. Bis jetzt schon, ja. Oh mein Gott. Aber ich fühle mich gut. Also, ich habe jetzt keine Beschwerden. Freunde, der Erdnuss-Flip. Ich habe auch so Fade hier in Wanda. Letztens. Okay, der geht einfach runter als der Chip, oder? Oh, der ist schärfer. Der hat eine Chili-Putter. Aber das ist ja auch nicht schwarz gewesen. Das heißt, der war ja nicht so übertrieben. Das ist jetzt die Frage, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob der andere wirklich extrem schärfer ist oder nicht. Also, behauptet er eher zumindest, oder ja? Das, was ich mal gegessen habe, das war auch immer nur schwarz. Ja, dann probier doch ein Stückchen. Nein. Nur ein ganz kleines Stückchen. Ja, das ist ewig. Ja, ich will sowas nicht essen. Ich habe was am Arten. Also, sagen wir mal so. Ich bräuchte keine Milch, um das jetzt zu verstehen. Ja. Bräuchte ich jetzt echt nicht. Hier sind noch zwei Erdnuss-Flips drin und hier ist noch ein Chip drin. Wo ist die Milch? Leg die Milch hier hin für mich. Ja, und was habe ich, wenn du die Milch hast? Ich habe auch keine Milch. Du bist doch krass, du brauchst nicht Milch. Und ich bin nicht mehr so krass, glaub mir. Den musst du erst durch den. Den musst du erst. Wieso gibst du mir dann die Flips? Die sind genauso scharf. Die sind, also die sind leicht. Alter, wenn es wirklich 1,5 Millionen war, das kann doch nicht sein. Das ist unmenschlich, die Zahlen. Jumme, ich schwöre es dir, ich bin ohne Witz, ich habe den Chip gegessen, Mann. Was soll ich sagen, Alter? Ich habe ihm mal einen Schluck Milch gezogen. Das ist du zuerst. Warte, warte, ich hole ein Glas von Milch, oder? Nein, das teilt sich das einfach. Ein scheißter Milch, ich probiere es mal. Ja, ich brauche mir doch recht nicht viel. Ich weiß nicht, wie viel ihr schafft. Ich habe keinen Ahnung, wie viel ihr schafft. Wie viel hat das jetzt gekostet? Gar nichts. Das war... Wir haben das gesponsert bekommen. Das ist gesponsert. 80 Euro. Wo ist der andere, der Schwarze? Es gibt keinen Schwarzen. Weil die Schwarzen sind original. Das habe ich ja gesagt. Ach so. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der Schwarze krasser ist vielleicht. Aber der hat... Aber der hat aber genauso viel Skowill. Aber eigentlich, ich kann überhaupt so... Ah, das ist schon scharf. Ja. Du musst den ganzen essen. Er hat auch nur ein Drittel Flip genommen. Oh mein Gott. Der stirbt aber auch. Oh mein Gott. Das ist doch enskrank. Alter. Alter, meine Atemwege. Oh mein Gott. Er hat jetzt schon noch Kopf. Es ist doch enskrank. Hallo. Echt jetzt? Na, hau. Wuh. Wo bist du denn? Alter. War das jetzt ohne Scheiß jetzt, oder was? Ich schwöre, krass. Thomas, oder was? Oh. Oh. Wie dann brauchst du noch? Oh. Oh. Ja, das stimmt. Das ist ein Dicken. Oh. 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 Ja, oder was denn? Alter. Stopp. Okay, aber man mutiert direkt. Du hast es gegessen? Alter, ich habe ein kleines Stück genommen. Gott sei Dank habe ich nicht mehr genommen. Schau mal, wie wenig ich genommen habe. Schau, siehst du nicht? Meine Zunge schwillt gerade an. Ich schwöre es dir, warte mal, ich habe nicht mehr geschmackt. Wie wenig ich genommen habe? Hätte ich den ganz genommen, weil ich komplett... Aber jetzt war es schon... Ist es echt zu scharf? Aber ist es die Schärfe? Also gerade, ich schwöre... Ich frage doch nur. Ja, ich erkläre es dir gerade. Heißes Stück Metall auf meiner Zunge ist hier rechts. Ich schwöre, es ist dicker. Ich kann nicht sagen. Ich fand das übertrieben, was er in dem Video war. Alter. Die haben zu mir plötzlich gekauft. Überall, bam, 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 bam. Überall, Mann. Eigentlich dauert es ja manchmal ein bisschen. Der war direkt... Hau rein, Alter. Hau rein. Hau rein. Hau noch mehr, Alter. Alter, Gott sei Dank. Habe ich nicht mehr genommen. Ich habe die Rest essen, paar, oder? Das ist dann bis zu echt überkrass. Dann gebe ich zu, dass du krasser bist als ich im Schaf essen. Das will ich von dir hören, Alter. Das will ich von dir hören, Alter. Nein, ist okay, du auch schon. Gib her. Nein, ich nehme es zurück. Ich bin zu krass, dass du im Schaf essen, Alter. Alter. Ja komm, wenn du den echt... Dann hast du meinen Respekt. Hab ich doch schon gesagt. Ich schau, wenn du den jetzt ganz isst, da mach vor Kamera. Das wäre mein zweiter für heute. Okay, oh, ich habe voll auf. Du hast genau dieselbe gegessen. Ich habe eine ganze gegessen. Nein, eine ganze Sache hat er gegessen. Den, da waren zwei drin. Eine, den, eine Erdnuss, danach noch. Auch noch Erdnuss drauf. Danach, ja. Wie isst man? Alter, anscheinend ist Tati da krass. Du schau, Alter. Alter. Oh mein Gott, echt krass. Schau mal, komm, Reaktion. Ja, geil, ja, scho. Halt, okay, Respekt. Krass, hätte ich echt nicht gedacht. What the fuck, er hat sogar runtergeschluckt. Natürlich, er hat letztes Vorher auch schon. Krass. Schau mal in die Kamera, damit die sehen als Beweis. So scharf ist es echt nicht mehr. Halt dein Morgen. Halt dein Morgen. Er ist so scharf, oder? Krass, krass. Er ist so scharf ist es nicht, so scharf ist es nicht. Und dann er so, probier, probier, also nein. Ja, geil. Probier doch, ein kleines Stein. Ein kleines Stein. Aber jetzt, ohne Witz, also die in den Clips und so, haben die so einen scharfen Chip, also einen schwarzen Mann nicht. Ja, der ist unmenschlich, wahrscheinlich. Aber ist ja genau, aber das ist doch dieselbe Gewinnanzahl. Eigentlich müsste er schon, da steht einfach nur Chili Pulver. Schau, diese Zahlen erreichst du nur, wenn du Capsaicin-Extrakt nimmst. Genau. Das schafft eine normale eigentlich nicht. Aber dann ist doch das auch scharf, oder? Ich glaube, das stimmt, die Zahlen nicht ganz. Also, hol mir doch mal den scharfen Chip, probier, oder? Ja, das ist halt die Endlösung. Wenn du das auch so hinnimmst, dann kannst du Chili Wetteesser werden. Ich schwöre. Also, das Chili, du meinst auch mal eins. Du kannst Chili Wetteesser werden, Tati. Glaub mir doch, wieso glauben wir das gar nicht? Ritter, was auf Nächste, falls es mal ein Wettbewerb gibt, mach mit. Überlebt, Leute, es geht wieder. Noch mal machst du es nicht, oder? Einen Scheiß mache ich das noch mal. Vorher habe ich nur ein kleines Stück, Mann, das war ein Drittel oder so vom Flip. Ja, geil. Ich hatte ein Zwölftel von dem Taco. Okay, echt krass. Okay, im Scharf esse ich, bist du besser als ich. Aber vom Zimmer halt relativ eng, Leute. Das war's von uns, Leute, und vom scharfen Chip. Magisch. Perfektes Ende. Abschiedsworte zum scharfen Chip. Krass. Gott sei Dank habe ich nur ein Zehntel vom Chip gegessen, sonst komplett vorbei. Das war so schnell, so aggressiv. Ja, aber es ist sowas von uns. Der war einscharf, Mann. So krass wie ein Herz. Tati, der zerstörer. Er war definitiv scharf, aber ich habe es halt ausgehalten. Tati, aber echt nur in der Aktion, eigentlich mal. Das war's von uns, Leute. Gebt gerne ein Like, ein Kommentar, ein Abo. Wir kaufen auch noch den originalen Schwarzen. Ja, aber. Und dann, für ein Recht hat die das mal. Aber folgt uns auf Instagram, auf Twitch. Saftige Livestreams werden demnächst wieder öfter kommen. Ansonsten vergesst nicht, serious business.